hallo meine lieben freunde des geflicken kabelsalats und herzlich willkommen zum vierten teil meiner tutorial serie wie geht eigentlich esp home nachdem wir uns jetzt angesehen haben welche möglichkeiten wir zum flashen haben und wie wir das wlan richtig konfigurieren kommen wir heute mal endlich dazu die ersten geräte an unseren esp anzuschließen und zwar möchte ich mir im heutigen teil mit euch einmal genauer ansehen wie man fertige vordefinierte geräte von der esp home homepage in unser programm übernimmt und somit zum beispiel so geräte wie einen dht temperatur luftfeuchtigkeit sensor oder einen ultraschall abstandsmesser an unseren d1 mini den nehmen wir für heute mal als beispiel anbindet und diese dann über esp home ins home assistant integriert um davon die werte nutzen zu können wenn euch meine videos gefallen zeigt es mir gerne mit einem daumen hoch denn das zeigt nicht nur mir dass euch die videos gefallen sondern das zeigt auch dem youtube algorithmus dass es sich lohnt meine videos mehr zu verbreiten heißt ich profitiere doppelt davon und das mit nur einem klick für euch also vielen vielen dank noch mal an der stelle für jegliche art von support sei es ein like sei es ein kommentar sei es ein abonnement auf diesem kanal und ich würde sagen wir quatschen jetzt hier nicht mehr lange rum wir legen jetzt los mit dem video und wechseln mal runter ins büro brauchst du für dein projekt noch eine platine bei pcbway bekommst du zehn zweilagige platinen für nur fünf dollar als neukunde sogar kostenlos neben epoxidharz pcb bietet pcb auch flexible oder aluminium pcb an wenn ich selber löten möchte kann pcb way auch gleich das bestücken der platine überlassen doch damit nicht genug pcb way bietet nämlich auch verschiedenste arten von cnc arbeiten an egal ob fräsen drehen oder laserzuschnitt aber auch die auswahl bei 3d druck lässt keine wünsche offen durch verschiedene druckarten wie fdm dlp und sla wird neben den üblichen kunststoffen durch selective laser melting kurz slm sogar der metall 3d druck mit vier verschiedenen metallen angeboten alle informationen dazu findet ihr unter pcbway.com und hier geht es jetzt weiter mit dem video starten wir also direkt im esp home wir erinnern uns wir haben hier unser testprojekt erstellt wir haben also hier über plus ein neues gerät hier hin zugefügt diesem haben wir einen namen gegeben wir haben plattform und bord ausgewählt logger api und ota eintrag gegebenenfalls mit passwort hinterlegt unsere wlan einstellungen vorgenommen und jetzt möchten wir eben hier in unser projekt zwei sensoren hinzufügen und zwar den dht und einen ultraschall sensor also genauer gesagt drei sensoren denn der dht liefert ja temperatur und luftfeuchtigkeit legen wir damit also auch direkt los wechseln wir dazu als erstes mal auf die homepage von esp home hier sehen wir direkt den dht auf der startseite mit code beispiel mit anzeige beispiel aber das ist natürlich glückssache und nicht bei jedem sensor den wir einbinden wollen der fall also nehmen wir den regulären weg wir wählen hier oben quick search und suchen jetzt hier einmal nach dht die suche liefert uns dann einige ergebnisse in denen er das wort dht findet uns interessiert jetzt hier direkt der erste punkt dht temperatur und luftfeuchtigkeitssensor den wählen wir einmal aus sehen jetzt hier oben sämtliche informationen wie datenblatt etc dann kommt hier auch noch mal eine information über den anschluss des dht sensors am esp und zwar dass wir einen 4,7 kilo ohm widerstand als pull up widerstand anschließen müssen und hierbei achtung den pull up nicht gegen 5 volt sondern gegen 3,3 volt anschließen ansonsten braucht der sensor nur 5 volt und ground aber zu der verdrahtung kommen wir nachher noch schauen wir also schon mal weiter unten hier sehen wir noch mal ein anzeige beispiel wie die beiden sensoren in home assistant aussehen könnten und darunter folgt das code beispiel wenn wir uns das jetzt mal etwas näher ansehen dann sehen wir hier es wird verwendet die integration sensor und zwar werden in esp home die integrationen immer angegeben ohne sie einzurücken also wir haben hier keine leerstellen davor daher handelt es sich hierbei um eine angabe welche integration wir hier gerade definieren möchten in diesem falle sollen es sensoren sein also sensor doppelpunkt bei sensor handelt es sich um eine liste also werden alle einträge die unter sensor eingeordnet werden sollen um zwei leertasten nach rechts eingerückt und beginnen dann mit einem minus denn wie wir gelernt haben bei listen wird jeder eintrag mit einem vorangestellten minus markiert also haben wir hier leertaste leertaste minus leertaste plattform doppelpunkt und in unserem fall jetzt eben die plattform dht über die plattform weiß das programm dann welche libraries etc er braucht und genauso auch welche parameter ihm zur verfügung stehen damit sind wir auch direkt beim nächsten wichtigen punkt und zwar den parametern die wir eben angeben müssen ich gehe jetzt hier einfach mal das code beispiel erstmal durch und zwar haben wir hier einmal die pin angabe also die angabe des gpio pins der mit unserem data pin des sensors verbunden ist im beispiel ist es der d2 können wir in unserem fall auch so lassen denn wir haben ja noch keinerlei pins definiert hier unten sehen wir auch noch mal pin angabe ist required also das müssen wir angeben und hier steht auch noch mal der pin wo der dat bus verbunden ist der nächste eintrag ist temperature hier steht kein wert dahinter und das sehen wir auch hier unten in der dokumentation temperature ist kein attribut im eigentlichen sinne sondern bei temperature handelt es sich um eine map oder ein dictionary heißt hier werden mehrere attribute darunter angegeben das ist also eine parameter sammlung bei der wir die attribute über ihren namen ansprechen können daher dictionary die plattform dat liefert also für den temperature eintrag hier die parameter name und id mit pflicht ist hier nur der name die id ist auch eher nur für lambdas relevant von daher gehe ich da jetzt an dieser stelle auch erstmal nicht weiter drauf ein und der name eben ein unterattribut von temperature ist wird dieser name eben wieder zwei leertasten nach rechts eingerückt jetzt gibt es hier noch einen hinweis all other options from sensor also alle optionen aus sensor stehen uns hier bei temperature und humidity ebenfalls zur verfügung was heißt das und wie kommt das wir haben ja jetzt schon gelernt sensor ist die integration dht ist in dem fall unsere plattform was wir hier sehen diese parameter die kommen über die plattform dht die integration hat aber selber ebenfalls eigenschaften und die sehen wir hier in der dokumentation von base sensor konfiguration wir haben hier einmal den namen den gibt es bei jedem sensor und der ist auch pflicht der muss bei jedem sensor angegeben werden dann gibt es aber eben noch optionale werte zum beispiel unit of measurement ist jetzt in dem fall hier grad celsius das passt für unseren temperatursensor ja auch ganz gut also hierüber können wir bei jedem sensor zum beispiel unsere einheit angeben also beim abstand sensor zum beispiel zentimeter meter oder ähnliches wir können ein icon angeben dann device class und state class was genau das heißt könnt ihr hier unten in diesen links auch noch mal nachlesen die anleitung die ich euch hier zeige verlinke ich auch noch mal unten in der video beschreibung dann könnt ihr angeben wie viele dezimalstellen euch der sensor mit liefern soll nach wieviel sekunden der sensor wert ungültig werden soll ja und ihr seht hier gibt es also noch viele parameter die über die integration sensor zur verfügung stehen ich möchte jetzt nicht auf jeden einzelnen eingehen aber damit ihr wisst was dieser hinweis hier bedeutet und wie das ganze zustande kommt wir haben eben einen dat sensor in unserer integration hinzugefügt also stehen uns hier bei dem sensor temperatur und luftfeuchtigkeit sowohl die parameter unserer plattform als auch die parameter der integration zur verfügung wir bleiben jetzt aber erst mal beim einfachen standard fall beschränken uns hier auf die gezeigten parameter der plattform selbst und machen hier an der stelle einfach mal weiter wir haben also temperatur sensor wir haben dem einen namen gegeben und das gleiche das gibt es hier jetzt auch noch mal für den luftfeuchtigkeit sensor dieser hat hier ebenfalls noch mal einen namen definiert und wir sehen auch in der beschreibung dieses parameters humidity der ist eben genauso aufgebaut wie der temperature sensor als letzten parameter haben wir hier noch das update intervall dieses steht auf 60 sekunden das ist auch der standard wert das heißt unsere sensoren werden alle 60 sekunden aktualisiert ich denke das ist auch ein guter richtwert für temperatur und luftfeuchtigkeit wenn man da nicht sogar auf alle zwei minuten oder so hoch gehen möchte aber hierüber können wir auf jeden fall das intervall steuern indem unsere sensoren aktualisiert werden das war es eigentlich schon an parametern von dieser DHT plattform das einzige was oben im beispiel code nicht auftaucht ist der parametermodel der parametermodel gibt an um was für einen chip es sich denn jetzt wirklich handelt ob es ein DHT 11 22 oder was auch immer ist aber standardmäßig steht model e auf autodetect und erkennt automatisch um welchen chip es sich handelt eine ausnahme gibt es das steht hier unten und zwar autodetection doesn't work for si 70 21 heißt wenn ihr einen si 70 21 nutzt dann funktioniert der standardwert von model nicht dann müsstet ihr schreiben model doppelpunkt leertaste si 70 21 damit die plattform hier weiß dass es sich eben um solch ein modell handelt so jetzt wissen wir was die ganzen parameter bedeuten tragen wir also jetzt unseren sensor einmal in sp home projekt ein wie machen wir das wir kopieren uns einfach hier diesen beispiel code wechseln nach sp home zwar mal zu lange raus hat er das programm zugemacht also einmal auf edit in die letzte zeile und fügen hier unseren blog ein jetzt sehen wir hier diese grüne zeile dabei handelt es sich um einen kommentar das heißt das gehört nicht zum programm wenn ihr also notizen in eurem programm vornehmen möchtet einfach eine raute an die erste stelle in der zeile und alles was ihr dahinter schreibt ist einfach nur ein kommentar der euch helfen soll euch im programm besser zurecht zu finden und wird vom programm hinterher später nicht ausgewertet das verschiebe ich mal nach hier unten und sage jetzt hier einfach mal dht sensor und ja jetzt müssen wir eigentlich gar nichts mehr machen ich pass aber mal eben noch die namen hier an und sage mal temperatur youtube test und beim luftfeuchtigkeit sensor sage ich luftfeuchtigkeit youtube test wir sagen speichern und somit ist unser dht sensor auch schon fertig konfiguriert machen wir also direkt weiter mit unserem ultraschall sensor wir wechseln also jetzt wieder auf die homepage von esp home gehen hier oben wieder in unser suchfeld und suchen jetzt mal nach ultra finden jetzt auch sofort unseren ultrasonic distance sensor also unseren ultraschall abstand sensor wählen diesen aus und sehen jetzt hier oben ein beispiel hcsr 04 ich würde behaupten das ist der wohl am meisten verbreitetste ultraschall sensor in der arduino und esp welt und ja in der beschreibung hier lesen wir auch direkt dass dieser sensor eben nicht nur einen sondern zwei relevante pins hat und zwar einmal trigger puls einmal echo puls der trigger puls wenn dieser gesetzt wird dann sendet der sensor eben ein ultraschall signal und dann wartet er so lange bis das ultraschall signal eben wieder zurückkommt und hier wieder empfangen wird und dann erhalten wir ein signal auf dem echo puls und über den abstand zwischen trigger und echo weiß er dann wie groß war die strecke so könnte das ganze am ende in home assistant aussehen und hier haben wir wieder unser code beispiel wir sehen wieder die integration sensor wieder eine plattform ohne geht es natürlich auch nicht aber plattform ultrasonic und jetzt sehen wir auch plattform ultrasonic hat eben keinen parameter pin würden wir ja eben auch nicht mit auskommen denn wir haben hier zwei data pins und zwar trigger und echo und genau so werden sie auch angegeben wir haben wir einmal den trigger pin an d1 echo pin an d2 und einen namen eben schon gelernt ohne name geht eh nichts ja und das war es eigentlich schon wenn wir hier unten in die parameter liste gucken sehen wir wir haben auch hier die möglichkeit ein update intervall anzugeben dieses steht auch hier wieder standardmäßig auf 60 sekunden bei einem ultraschall sensor denke ich ist eine minute vielleicht ein bisschen zu langsam aber das ist natürlich immer davon abhängig wofür wir ihn einsetzen möchten auch hier gilt wieder bei der plattform ultrasonic haben wir auch alle optionen der integration sensor zur verfügung es gibt hier unten noch drei advanced options und zwar timeout puls time und id ich denke mal in den normalfällen wird man diese wirklich nicht gebrauchen aber kurz erwähnt timeout das bedeutet einfach der sensor sendet einen puls und wartet dann auf das echo und wenn das echo kommt dann weiß er wie lange die strecke ist die sensoren können in der regel zwei meter abdecken und alles was größere strecken sind da können sie einfach die antwort also das echo signal nicht mehr verarbeiten weil es zu schwach ist und das heißt sie würden dann ewig auf die antwort warten die einfach nicht ankommt und hier über den timeout stellen wir einfach sicher dass der sensor nicht zu lange wartet damit er das nächste signal wieder verarbeiten kann und der standard steht hier eben auf zwei metern wenn ihr also einen sensor habt der größere strecken per ultraschall abdecken kann dann habt ihr hier die möglichkeit dieses zu konfigurieren mit puls time können wir noch die länge unseres gesendeten pulses definieren und über id können wir eine id für die code generation setzen binden wir also jetzt den sensor ein wir kopieren uns wieder das code beispiel wechseln wieder nach esp home dürfen wieder einmal auf edit klicken scrollen nach ganz unten achtung darauf achten dass er wirklich am zeilen anfang steht fügen jetzt hier unseren code ein jetzt sehen wir hier trigger pin und echo pin an d1 und d2 unser dht sensor hängt ja ebenfalls an d2 das kann also nicht funktionieren heißt ich würde sagen wir nehmen jetzt hier einfach mal d6 und d7 als name wählen wir jetzt hier mal ultraschall youtube test so wenn wir jetzt einmal nach oben scrollen dann sehen wir hier invalid yaml syntax duplicate key sensor in zeile 34 und in zeile 23 was heißt das in zeile 23 steht sensor in zeile 34 ebenfalls wie wir gelernt haben die werte die nicht eingerückt sind dabei handelt es sich um die angabe der integration und eine integration kann immer nur einmal verwendet werden in der datei das heißt das zweite sensor hier das muss weg und dann müssen wir nur noch darauf achten dass dieser eintrag unter dem ersten eintrag steht und jetzt hier nicht dazwischen zum beispiel switch stehen würde denn jetzt würde er versuchen das in switch einzubinden das kann er auch nicht das gibt es nicht in switch mecker da natürlich auch sondern die plattform ultrasonic das weiß er eben auch das ist ein sensor also muss es unter unserem integrations eintrag sensor stehen genauso wie der dat sensor auch jetzt können wir hier den kommentar auch wieder noch einrücken und sagen jetzt hier ultraschall sensor und damit ist unsere konfiguration eigentlich fertig ich würde jetzt gerne hier noch das update intervall von 60 sekunden beim ultraschall sensor anpassen und zwar sagen jetzt hier mal update unterstrich intervall doppelpunkt und wir sagen mal 20 sekunden und damit ist unsere konfiguration fertig sage noch einmal speichern und jetzt können wir diese konfiguration auf unseren esp also auf unseren d1 mini hochladen bevor wir das tun kommen wir noch mal eben kurz zum technischen aufbau ich blende euch hier mal eben kurz einen schaltplan ein hier seht ihr noch mal den dat sensor am d2 pin mit dem 4,7 kilo ohm widerstand als pull up widerstand gegen 3,3 volt ansonsten ist er nur mit 3,3 volt und ground verbunden und der ultraschall sensor ebenfalls mit 3,3 volt und ground und trigger pin auf d6 echo pin auf d7 und das war es auch schon wenn ihr das ganze so verdrahtet habt könnt ihr jetzt euren d1 mini per usb mit dem usb anschluss eures pcs verbinden und dann klicken wir hier auf install plug into this computer wählen den richtigen com anschluss aus und sagen verbinden die konfiguration wurde installiert wir können hier jetzt also schließen so und wir sehen unser gerät ist nun online heißt die kommunikation zwischen unserem esp home gerät und home assistant funktioniert schauen wir also noch einmal in die locks wir verbinden uns per wlan und jetzt sehen wir hier einmal unsere konfiguration und hier liefern die sensoren auch schon die ersten werte wir sehen eine abstandsmessung von 0,66 metern bei 27 grad und 50,8 prozent luftfeuchtigkeit so jetzt habe ich hier einfach mal den abstand vor dem sensor geändert und ihr seht jetzt meldet er auch nur noch 0,26 meter binden wir diese jetzt noch eben schnell in die oberfläche ein normalerweise würde hier unten eine benachrichtigung über ein neues gerät erscheinen klappt aber nicht immer von daher muss man sich jetzt die ip adresse aus den locks besorgen oder mal eben neu starten aber ich bevorzuge diesen weg denn hier oben bekommen wir die ip adresse unseres gerätes mitgeteilt die kopieren wir uns gehen jetzt auf einstellungen integrationen fügen eine neue integration hinzu suchen jetzt hier nach esp home da haben wir es schon und ich füge hier einfach die ip unseres esp home gerätes hinzu wir sagen absenden und sind fertig hätten wir jetzt bei api ein passwort hinterlegt müssten wir erst noch das passwort angeben haben wir in unserem fall nicht also können wir jetzt optional hier noch einen bereich auswählen klicken auf fertig und da ist auch schon unser neues gerät mit unseren drei entitäten nämlich unseren drei sensoren diese können wir natürlich auch wie immer in der oberfläche hinterlegen dafür gehe ich jetzt einfach mal hier auf meinen reiter test sage benutzer oberfläche konfigurieren und füge eine neue karte hinzu nehmen wir mal die sensor karte ich suche jetzt einfach mal nach youtube test da haben wir unsere drei sensoren als erstes den luftfeuchtigkeit sensor den temperatursensor und als letzte karte unseren ultraschall sensor ja und so einfach ist es mit esp home eure eigenen sensoren zu basteln und diese in home assistant einzubinden ja das war es erstmal zum einbinden fertiger sensoren über esp home in home assistant ich hoffe ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen wenn ihr doch noch irgendwelche fragen habt stellt sie mir wie immer gerne unten in den kommentaren oder schaut gerne auch bei uns auf dem discord vorbei link blende ich ein findet ihr auch nochmal oben in der infobox auf unserem discord werden täglich viele interessante themen neben home assistant wie zb arduino raspberry pi 3d druck und 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 diskutiert wenn euch also diese themen interessieren schaut gerne mal vorbei wird mich freuen den ein oder anderen von euch dort begrüßen zu können ansonsten hoffe ich natürlich wie immer hat euch das video gefallen wenn ja zeigt mir gerne mit einem daumen hoch abonniert falls noch nicht geschehen den kanal und klickt auf die glocke damit ihr kein video mehr verpasst ich würde mich freuen wenn wir uns direkt morgen im nächsten video wieder sehen denn da schauen wir uns einmal an wie man rgb led stripes mit esp home in home assistant einbindet und was wir da alles für möglichkeiten haben bis dahin verabschiede ich mich und sag einfach bis zum nächsten video ciao